Ich war mir sicher, ich kann abliefern, weil ich einfach gut gearbeitet habe. Siegen war zufrieden, ich war zufrieden, wird's wohl klappen. Nur 2,2 Kilogramm. Für Thorsten ist das enttäuschend. Hä? Nein, nein, nein. Wieso? Wieso? Er hat alles gegeben. Ich versteh's nicht. Alles hat funktioniert. Alles. Du machst alles dafür. Wirklich, Thorsten, alles. Du hast alles gegeben. Alles. Ja, aber... Ich weiß, ich versteh's auch nicht. Weißt du, wie lange Jahre du nichts getan hast? Ja, aber Thorsten, 2,2... Aber jetzt weißt du, wie hart es ist, wieder zurückzukommen da, wo du willst. Du musst kämpfen. Das zerreißt alles in einem. Man ist einfach nur enttäuscht. Warum... Ich rackere hier wie blöd, bin hier, verzichte auf Freunde, Familie, Freundin, isch hier nur Gemüse und alles Mögliche für 2,2 Kilo. Also... ...